hallo leute heute spielen joel und ich jailbreak als roblox jailbreak wenn ihr spielt schreibt auf die kommentaren jailbreak jetzt wir machen heute meine unsere contracts ich glaube joel hat sie ja vielleicht schon fertig rob the cargo plane without dying rob train rob a train without dying rob the tomb without dying sind meine contracts und polizist pop the tires of our criminal und bisher habe ich dankbar und er ist voll kriminaus okay nicht nur durch die fern aber ist der kriminau wird auch da ein ok sie ist nicht so schwierige und leichte schaue ich bin leute und jetzt muss ich mein roadster polizei konflikt habe ich die gleiche also die gleiche wie deine Oha, wir haben gleich sie. Das sind aber so viele Table Rests das in diesem Server. In Public Server? Ja. Das machen wir in meinem Privat-Server. Ja. Und wenn ihr in meiner Gruppe, wenn ihr in meiner Gruppe sein wollt, es heißt zockt mit den Boys. Mein Name ist... Ich schreib's euch da unten auf dem Link dann. Ich schreib's da unten. Okay, gehen wir in der Casino jetzt. Nein, wir gehen nicht in der Casino, Entschuldigung. Warum? Wir laufen zu... Okay, dann... Wenn dann... Power-Plan... Wie hast du... ist unser Drums so gefallen? Weil du einfach rausgesprungen bist? Digga, meine Schwester, die nervt schon. Ich muss wieder schon so viel schneiden. Egal. Okay. Leute. Na, warte. Okay, Leute. Ich heiß... Ich sag euch nur, wenn ihr gleich schnell freunden wollt. Ich... Also mein Username ist... Alone. A in groß. Wie... Man schreibt meinen Namen wie Alon. Und dann Fx und 0. und dann... Ich schreib's mal. Ich schreib's mal. Und dann... Ich schreib's mal. Hallo. Oh mein Spaß, meine Schwester. Räumiert alles. st die schweizigen sie und müssen da unten siehst du nicht ich sag dann weiter die vielen ich war uns so schnell so lang schnell und bisher bis wir ihnen Tom sind tut es steig ein mal ja ich musste nur noch ein bisschen die ja schon einer hat sich dies Leute schaut und kein Geld zur Häuser so ein zu machen dieses Haus kostet 5000 erhält aber man hat das nur für einmal so wie lange man spielt das kostet 3000 drüber das doch 2000 und das ist das teuerste ja das ist nicht das teuerste das kostet das kann man gar nicht kaufen die Welt Mars weil das ist das erste und 20 tausend naja die die ist runtergefahren die 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 zu behalten und dieses mädchen kommt mit uns Warton Ähm, ja, Leute, Arona hat gesagt, dass er, also, dass ihr ihn freundet könnt, aber mir bitte nicht, weil ich hab Maximale, ähm, Freundesanzahl. Aber ihr könnt ihm folgen. Ja, mich folgen. Okay, Leute, las mich hier. Was ist mit ihr? Wir nehmen uns mit. Okay, Jan. Die wird dort bleiben. 엔steigern, gehen einen bitte weg. Was ist mit ihr? was ist mit dir sie will nur in mein Auto ja ja hier ja geht 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 die Gelegenheit was ist mit dir? irgendwie keine Ahnung was der Spieler ist sie ich habe ein Spiel keine ist sie weiß ich glaube es ist auch Handyspielerin sie spielt hier so keine Ahnung sie weiß nichts zu tun ui oha oha ich darf nicht sterben oha ma bravo wie bist du gestorben Joy mein Hund siehst du mein Hund Max folgt mich das ist ein braver Hund weil ich mich gestorben bin wie Joy mein ich ich hatte mein Sprint an aber es war auch nicht an und die keine Ahnung aber ich muss mich auch heilen ich habe sehr wenig Leben ich heil mich mit meinem Vorfeld wie sie damit das ist gut da haben wir gute Waffe das ist keine richtige Waffe aber man kann mit aber man kann keine Waffen so drüber schießen einzige Waffe womit man da rüberschießen kann Leute schauts ist das Plasma Pistole Sniper? auch wenn du zum Beispiel mit Aka schießt wird das zu dir zurückkommen aber du verlierst gar kein Schaden ja fällt mir an wenn du zu jemand ein Kriminal schießt verliert ihr ja auch kein Schaden hä hä Degas ich bin runter gefallen was ist das weg mit dir, weg mit dir, weg weg man, weg 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 du Dreck Nein, nein, nein. Du gehst weg. Geh weg, du Rudel. Ich mag Apfelstrudel. Frau Polizistin, Sie gehen weg, bitte. Schieß sie doch einfach. Ja, aber sie sind ganz schock und sie kämpft. Geh in City ganz schock. Oh. Ah. Mein. Ey, du Hackerin. 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 Wie er war es da. Die, es sind so viele Handyspieler. Wieso spielen sie nicht auf PC? Haben sie keinen zu lieben. Ich bin nicht Rassist, Leute, aber ich finde voll blöd, einfach. Es ist so gemein, die mit PC spielen haben bessere Geräte. Die müssen viel länger drücken, so jemanden zu arresten. Und die mit Handy, ein Klick, die haben schon. Die haben uns schon einfach. Ein Klick nur. Wie ich sehe, hä? Wie ist das Blaus erschienen bei mir? Okay, ich werde, ich werde meine Tracks erst mal machen. Ich muss mal ein Heli holen. Hol mich in Doom Buggy Seite bitte ab, die von Tom. Okay, okay, okay. Da ist ein Polizist in AFA gerade. Ich hole eine Keykarte. Ich hole eine Böse im Team. Ich hole ein. Ich hole eine Karte. Ich bin der Dkas. Hes war. Na na na. Na na na. Kötü. Nuh na na. Shit. Ja, Mom! Terror ist gerettet. Alle Elektronikgeräte, außer so ein Nokia oder sowas. Ja, außer bei solche. Wo bist du? Ja, ich bin, ich fahr mit Doom Buggy herum. Okay, ah, 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 wo, ah, wo, komm, komm, äh, komm. Woher du bist? Na, ich komm nirgendwo. Wo bist du? Sag mir dann. Bei Doom Buggy sagte du oder wie? Ich bin bei keinem Seite. Ich, ich, ich hab Tesla, äh, Tesla Cybershop gespawnt, dass ich, äh, ein Passenger. Wo bist du? Sag mir, wo du bist. Ich, ich geb dir Keycard, ich geb dir Keycard. Komm, Cargo Train. Cargo Train bin ich auf Cargo Train, ich robs. Ich werd's hier zu roben, es kommt schon. Komm her, Cargo Train. Ah, ich seh's. Ich seh's, ich seh Cargo Train. Jetzt kann Cargo Train länger aushalten. Halte das länger aus. Das ist nicht so gut. Ja, Cargo Train ist viel besser, Mann. Ah, da bist du, ich hab dich gespät. Aber, die, die, die. Oh, nein du! Geh hinten und steig wie das so. Oh, ich, ich muss dich schon. Schnell, aber schnell. Aber schnell. American. Ich muss mein Terro, ich muss so lang, warte. Warte, wie schnell kann Biken eine Tinten fahren? Ich glaube so 75 km, hm? So, ich habe ja Biken, wir können ja gleich schauen eigentlich. Weil Terero kann 8, 81. 81, oh, hm? Und das hier? Terero kann schön, hm? Ah, Joel, da bist du. Ich komme mit dir mit, Opa. Es gab einen Punkt, wo es jemand kommt, äh, äh, Callgothrain mehr als 2 Mal Robben. Ja, weiß. Ah, mein Schild einfach so. Mann, ich kann, ich will auch das drauf. Warte, ich... Ich komme. Sooo. Wo bist du? Ich bin hinter. Oh. Da. Okay. Drop keykarte. Ich da bin. Bei mir gibt'se. Ich da bin. Okay. Geht, jetpack, jetpack. Okay. Geht, jetpack. Blötschlafen denn auf du bist. Take a geteuer der Power Pen. Sofort. Aber so hart von sofort. K der Erkrankungen und macht Regressen und aber ich lasse uns nicht lassen egal dass sie mehr da nicht zu erinnern aber hoffentlich kommen keine Polizisten und warten auf uns draußen und was er hat für ja ich bin schon lebt uns wusste uns nicht nicht ich habe es ja auch Leute nur für euch dass sie wie ihr sehen könnt nur für euch habe ich morgen machen wir auch wie die morgen kommt der Video 8 Uhr bei euch an weil morgen habe ich viel deshalb und geht nicht mehr als Sonntag kommt der nächste die Leute Sonntag wird man zum Video kommt morgen Sonntag morgen habe ich ja was zu tun und dann weißt du nach oben um und dann kommt einfach mit Bracker er verdient er verdient nichts zu finden und jetzt Maus war ab mit welchem Auto mit Terraro oder mit Roadster oder mit Terraro kann ich nur Degar Mann hat ein Urus da hat sie gesehen Leute nein was ist das jetzt Degar Mann hat Karte konnte kurz nicht fahren Ach ich schloss ich schloss ich schloss jetzt weiter also kannst du nicht Degs dran robben mir ist es eigentlich egal wie wenig Geld ich kriege hauptsache mach ich mein Konkret du hast ah ja du hattest okay meins ist Polizist Contract ist noch Morgang Degar Degar Mann Kaupläne ist schon da ich schaff's nicht mal ich gehe ich schon schnell wie ich kann die Siedlung zu können noch was das war Degar Degar an dann war er musste kommen und sieben ich kann nicht mehr war noch schnell nicht mehr ich muss noch nicht mehr sehen wir uns in Casino ok und kürzeln ich kann ja ich bin das war ein Tausende aber so gut zu erlauben wie er sieht das war richtig gut dass er hat und Lüder ist zu einem Ort wie die Wachung die Hälfte sich einfach mit es sind ein Polizistin und er ist das auch ein wo das so was die Halt ja ich die Kassel und die Haltung ich war also bei der Kugel Schomburg an einem Ort im Grunde genommen Mars bekommen und wurden geschaut ich bin schon wer ist kommen wir sind nur kurz zu machen nun da ist dort ist auch dort ist durch die Städte er hat 2.40 um morgen an der alljährlich sagt schuldig tut man hat Leute wir haben ihn gleich erwähnte Video machen vergessen oder soll er aber man kann man wieder und von uns sind aber wer das heißt ich hab ich ich bin jetzt ja auch die und die ersten die ist für den record machen und in der und da haben gespielt und wir hatten halt ich hab vergessen das anzumachen und wenn wir haben wenn wir 100 Abonnenten nur hunderte Leute dann zeigen wir auch was in Joels Green so passiert ja auf dem Markt wir wollen 100 Abonnenten dann zeigen wir bei bei mir und bei Joel ist das das Screen halt aber da oben ist der Code schreibt es nicht in Chat Joy und 6 7 8 8 6 7 8 5 6 7 8 und gut 6 7 8 ein von anwohlen und Kassel die die und ich weiß nicht ich weiß nicht was ich habe die Verlöschung die Bank ist ein Stichwort und Brommern wie ich muss sagen und auch nicht nur zu verkündet das sind auch schon nicht nicht mehr im Falle noch die ja wir haben auch noch so gut. Vergessen Donuts zu nehmen. Ui! Egal! Ich schaue mal auf. Alter! Geht da? Leute. Digga. Das war... ...Wie... Ich mach... ... Ja, ich heile Mann. Ich danke dich nicht. Hä, was ist das? Hä? Ja. Okay, okay. Okay, schafft. Letzter. Easy Money. Ura! Ich hoffe, keiner... 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 Ich schwöre. Wenn sie nur in der Nähe sind. Ich hole meine Waffen schon... Ich hole alle Waffen, die ich hab... Ich hole, äh... So wie... ...Shortgun... 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 Ich hab doch... was ist das schon mal... ...nicht... ...nicht... Ach, ich hab... ...ington... ...dramat. ...dreheisiä... ...undentfünfzig... Ugar... Du hast ja... ...deitausand... die Leute ich werde euch was zeigen was ich habe das ist ein kleiner okay Joa komm hier oh ja und die erste jetzt stein wurde wie ja es Panzerschau schaut ein Panzer ich habe einfach ganz erwartet ist mein Panzerself raus holen Herr auf Mann, ich schwöre, ich kick dich. Okay, okay, jetzt chill mal, ich chill mal. So. Was geil bei Panzersleute, da im Nachbarsitz, schaut, schaut Leute, schaut, Leute, schaut. Ich kann einfach im Casino rufen, einfach mit Panzer, klingt dann geiler Panzer, oder? Okay, okay, geh mal, geh mal, geh mal. Da ist eh kein Polizist, chill mal, chill. Aber steht, dass das Schlechte an Panzer ist, das ist nicht so schnell, schnell, Leute. Aber da ist es stark, es kann, Joel, schieß mal auf den Boden, oder schieß dort und zeig, was er schießen kann. Sie hat sie gesehen, Leute, das kann es machen. Ich konnte kontrollieren, wenn Joel hinten saß, aber erst ist ja jetzt vorne. Sss. Brr. Okay, komm, der Panzer ist zu... Ey, das ist zu... Ich hatte mehr Geld, ich hatte mehr Geld als dir, jetzt den Casino aus dem Jahr als mir. Ja, ich hab ja Backlevel 4 und du hast ja Backlevel 2, glaube ich, oder? Ja. und zwar und zweitens ich hab ja wir und zweitens ich hab die ip und wenn du nicht live event spoiler nein dieser ich mag einfach diesen gehalt dass gdm diesen selbst so ohne live event spoiler weil live event spoiler das schaut eigentlich nicht wie spoiler aus das schaut so wie parachute aus es ist ja ich hab ein die abbauliert gelobt ab und dann hat er erst ein bisschen nicht und so ein paar Minuten dieses Jahres sind nicht so viele Polizisten aber einer mit 14 Millionen 3,5 mir abwartet man die ich gehe schnell bei Wortmeldung so ich bin jetzt muss siehst du Buh, ja Alona, es ist egal, ob er ruckert will, oder? Oha, hier ist Keykarte, nimm dir! Hier ist Keykarte, doll! Wo? Hier draußen, hier vorne liegt Keykarte. Ist das? Aha! Hast du gesehen? Keykarte einfach. Ah, jemand hat auch... ...lehm, jetzt. Ich sag's, Frau, gestern... ...zwei Criminals gebostet, einer hatte 6000 Bounty... ...und ich hab' einfach denen ge-l... ...so, immer, so... ...get L on, hab' ich geschrieben, man soll... ...ja. Ich hab' nicht so viel Zeit, fünf... ...fünfzig Sekunden left. Joel, mach' das kaputt, doch für mich, okay, bitte. Ich hab' ja vier... Ich hab' noch 1,000 Cash zu go. ...nehmen. Mach' das kaputt! Mach' das kaputt! Nein, von hier kommst du an! Ja, ich mach' das auch. Du musst' nix aufmachen! Ja, ich mach' eh nicht, ich mach' das auch, was du gesagt hast. Oha, zu rückwarten! Bra! Wir nehmen mal jetzt den Roadster. Auf den Live-Event-Spoiler an, Leute! Da ist der Live-Event-Spoiler. John? Leider, wenn die in Live-Event nicht da waren, schade für euch. Da, wir waren auch nicht den ersten Live-Event, weil John musste was erledigen und ich auch. Und da... Und da gab' ein zweiten Replay vom Live-Event, aber jetzt gibt's nicht mehr. Ja, jetzt nicht mehr. Tut uns leider. Aber es war noch... Event. Also nach diesem Replay war noch ein... War noch ein dritter Replay, aber... Ja, es war schon zwei Uhr in der Nacht. Ist das schon... Na, dieses Auto ist doch immer nicht, äh, retired, John, du hast gesagt? Hä, das wird wirklich retired? Wirklich? Wie wirklich? Ja, schau mal! Mann, ich wollte es auch haben. Wie... Wir... Wirklich ist es retired, man? Wieso? Ich wollte es auch haben. Ich hab' nun Tesla Roadster gekauft, statt das. Und dann hab' ich einfach direkt, äh, John. Wie ihr seht. Und dann hab' ich Volt-Bike. Und dann Trailblazer und so. Nein, das kann ich nicht sagen. Jetzt fällt ja... Na! Na! Wirklich? Wirklich? Denn bevor... Hast du... Bevor... Also... Bevor... Denkaufers hast du... Jets gekauft. Ja! Jets... Und halt, du brauchst nicht sagen, ey, wir machen ja eh eh Video überwahl welche Outdoors wir haben. Na! Na, du hast du dir Donut geholt? Na, sag, war nicht. Und wir wollten es dieses Auto nicht machen. Wir alle wollten das haben einfach so, aber es war nicht so schnell wie Roadster deshalb. Ja, es war so langsam. Also nicht so langsam, aber es war so langsam mal als Auto. Es war so langsam mal als Schlaucho, glaub ich, oder? Ja, es war langsamer als Auto. Na, es war so schnell wie Langloch. Ja, mal ein bisschen schneller. Ja, bisschen schneller. Aber es konnte, wenn man Rocketfield benutzt hat, urgut fliegen halt. Ja, aber Volkswagen ist eigentlich einer der besten Auto, also nicht Auto, aber Fahrrad. Also es ist das schnellste Ding, was man auch konnte. Ich hab den Code. Es ist 0, 9, 0, 0. Ja, ich weiß. Es ist so schnell. Früher gab es ein Ur-OP-Glitch mit Wortmann-Ponte, Jetpack und Volt-Buy gleichzeitig benutzen. Und jetzt, es gibt noch ein Blitzsch mit Volt-Buy und es ist mit C4. Oha, okay. 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 Und jetzt, mit diesem C4. Und dieses C4-Bitch gibt es noch immer, heute. Und mein Freund hat gesagt, also Alonis Freund auch, hat gesagt, dass es ganz gerne Karl-Hauffahrt. Also das weiß ich jetzt nicht, Joel, aber weil, weil ich hab ja letztens Volt-Buy gefragt. Aber, nein, weil jemand in unserem Star war, er hat gesagt, er hat gefragt, ob er einen Grinch machen dürfte. Und er hat, und unser Freund hat gesagt, natürlich. Und er hat den Grinch im Markt, er hat sie vor, vor den Volt gegeben, und dann einfach, fertig. Ist das so 300-Fahrer noch? Digga, Leute. Schaut, wie viel Leben ich hab. Ich riskier jetzt nicht. Ich mach einfach ein Volt auf, schnell. Wie lange soll kommen? Mach zwei Minuten. Das ist genug. Zwei. Okay, ich werde gleich abhauen. Bitte warte auf mich. Wir sind ein Kinder-Duo, Duo, Duo, Duo. Ich... Okay, jetzt hab ich endlich noch voll. Halt, sieht dieses Vierer in meinem Collecting, wo Collecting steht. Sobald Level 4 Backloader, jetzt ess ich meinen Donor. Okay. Aber ich muss ein Handy in Volcano Base runterschmeißen. Als Contract. Will ich? Ich brauch bisschen, ich hab jetzt dann, ich werd jetzt 8000 Bounty haben. Oh! Ich lege! Ich lege! Ich lege! Hä? Du bist! Bin ich noch in... Hüft? Na, ich bin schon da... Ich bin schon unten. Was, Mama? Bin ich in Hüft? Keine Ahnung, du warst in dem. Aber... Was ist das Geld? Oh, Mann. Jetzt muss ich mich setzen. Egal, ich hol dich ab. Wie? Ich hab doch 17 Millionen. Aber ich muss jetzt aufpassen. Na, ich muss jetzt schnell wohl keine Bestiebe, weil sonst bekomm ich vielleicht nicht mein Geld wie letztens. Na. Okay. Wir tun irgendwas. Ja, wir dann Geld. Aber... Warte, es ist nicht fertig. Das Video ist nicht fertig. Das Video ist nicht fertig. Das Video ist nicht fertig. Es wird gleich fertig. Es wird gleich fertig. Okay, Leute, das Video ist fertig.